Herzlich Willkommen Leute zu einer Runde PUBG mit der Viererkonstellation mit Kundan Alex und Kapuze. Hallo, aber warte mal, ganz kurz soll ich jetzt nicht einfach, soll ich wirklich zu dir laufen? Ne, ne, lauf wirklich zu uns. Also, hauptsache immer, wir wollen ja alle die Runde wählen. Ja, ich vermute nämlich, dass sie halt vor mir halt dann schon alle sie kürzen und ich hab halt nix mehr, weil ich bin echt halt weg. Wir sind genug Häuser. Alles weg, Kapuze, hieß nicht mehr. Ja, musst du nicht mehr herkommen. Deswegen würd ich woanders hingehen. Sorry, wir spielen mal wieder PUBG. Achso, zwei Folgen kamen ja schon, ja. Stimmt, ja. Es hat echt Spaß gemacht. Du kannst in diesen anderen Häusern direkt laufen, Kapuze, hier unten die... Ich geh links, oder? Ja, ja, da wo blau ist, da unten. Ich dachte eben nach eurer Erzählung, ihr habt gestern irgendwie 30 Folgen gemacht. Nein, wir haben gestern ganz viele Spiele gespielt und die waren alle sehr erfolgreich. Ja, das stimmt. Jetzt haben wir noch eine von mir. Jetzt haben wir noch eine von mir. Schick'n Dinner und beim Rest halb'n 40. Nee, einen Schick-Dinner haben wir am Ende geholt und das war echt gut. Da war nix drin und die andere war sehr spannend. Stimmt, ja. Ja, stimmt. Da hat der Alex sich auch kurz aufgeregt. Ja, aber Kapuze ist los. Ich hab gut und Alex wieder, deswegen bin ich extra woanders hingegangen. Was heißt, die Kapuze doof ist? Hier sind uns hier zwei hin bei mir. Du bist doof. Du bist ein Doof-Kopf. Du bist ein Doof-Kopf. Du bist ein Doof-Kopf. Der Daumen. Gibt's denn hier... Gibt's denn hier keine gute Sachen? Keiner weiß, dass wir da mit dem Wein kaputt sind. Ja, wenn die sind, fände ich voll eklig. War der gestern noch im Chase, oder was? Ja, mit... Ja, genau. Wir haben noch gestern, glaub ich... Haben wir noch COD mit Mau gespielt? Wir haben noch COD gespielt. Irgendwann war ich raus. Da war ich doch... Irgendwann macht die Kuchen. Immer wenn ich nicht weiß, was der richtige Begriff dafür wäre, sag ich, irgendwer isst am Backen. Irgendwer isst am Backen. Wir schreiben's halt anders. Irgendwann macht die Kuchen, hört sich auch gut an. Ich würde... Mein... Mein... Kopf sagt mir, wir sollten da zu gelb gehen. Äh, ich hab halt echt... Warte mal. Kunter, mit dir sind die 2 M, den hole ich mir. Aber ich hab noch nix. Ich hab nur ne Pistole. Irgendwie Eindruck, sag ich mir. Man, loksack. Es war einfach nur keine Waffen. Es ist nicht so, dass wir die alles weggelootet haben. Hier gab's einfach nichts. Ich hab ne Shotgun bis jetzt. Das war's. Ich hab ne... Eine Tommy. Kunter, wo war der Herr? Ich hab ne... Drei... Ne, wie heißt die? Irgendwo links. Ah ja. Aber ich hab halt drei Schuss oder so gefühlt. Mini-Ferze. Mini hat er wieder. Mini. Da ist ne Glocke. Hast du die Glocke mit Absicht liegen gelassen? Alter, wer hat die Tür hier kaputt gemacht? Dalu, kannst du mich hier rauslassen? Hey, bist du doof? Dalu? Ne, lass mich mal bitte raus. Achso. Achso, ich hab Pistole. Nehme ich nie auf, auch wenn es eigentlich falsch ist. Ich bin auf die Tür an. Hä? Drück doch einfach F. Jetzt gib dir doch Mühe. Jetzt ist sie zu. Jetzt ist sie offen. Geh raus! Alex! So, jetzt kommt. Damit wir weitergehen können. Mach keine Faxen, Alex. Mach keine Faxen, Alex. Mach keine Faxen, Alex. Mach keine Faxen. Was war das jetzt, Alex? Ich kam da nicht raus. Bei mir war die Tür an. Da wird da Alex rausgehüpft. Wie ne kleine Gazelle. Alex ist raus. Alex ist raus. Ich geh offen zu gelb. Alter, warum hat dieses Spiel eigentlich so ne beschissene Performance? Kaputt, so warst du ganz kurz hier in diesem kleinen Häuschen drin. Ne. Nein, echt nicht? Nein. Weil hier ist offen. Da war ich nicht. Ich bin straight to euch. Ist einer, der hier gelandet ist? Kaputt. Ich hab aber keinen Lamm gesehen. Ich hab keinen Lamm gesehen. Ich bin da bestimmt drin gewesen. Ich hab aber auch keinen Lamm gesehen. Also nicht mal irgendwie in der Regel. Mit euch kann man auch nicht richtig spielen. Warst du das? Nein, ich war das nicht. Ich dachte, du hast uns gerade einen Spaß gemacht. Wie in PUBG. Da macht man keine Späße. Stimmt. Oh, komm dran. Ich erwarte halt Top-Leist. Ich hab immer noch Dezember im Kopf. Aber irgendwie aber auch 1. Dezember. Soll es update... Wann ist Konsolen-Release? Der muss ja schon feststehen. Das kann ja nicht... Der ist ja vorab eingetragen. Aber haben sie nicht irgendwie gesagt, sie wollen es dieses Jahr noch bringen, aber sie haben zu viele Probleme, deswegen bringen sie es dieses Jahr nicht mehr? War da nicht irgendwas? Ne, ich hoffe nicht. Ich hab mich jetzt auf Dezember gefreut. Ich freue mich sowieso auf Dezember. Das ist Weihnachten. Boah, dann kriegst du Geschenk. Das Krasse ist, es ist halt jetzt schon Mitte November. Ja. Das Jahr verging echt schnell. Dann gehst du... Okay, dann geh ich in ein anderes Haus. Keine Ahnung, ob hier noch wer drin ist. Da ist ein anderes... Kapuze geht in mein Haus. Nein. Ich hab dubbel... Da ist noch ne... Ich hab nämlich gar nix, Alter. Oh, meine Nase, ey. Heute ist meine Nase wieder richtig doof. Das hat man öfter, wenn man so bis 15 Uhr schläft. Bis 15 Uhr geschlafen. Du und Kapuze, ey. Wieder... Gar nix. Kapuze kam auch irgendwann um zwei ins TS und reibt sich dann noch den Schlaf aus den Augen. Ich hab bald... Ich war mit Alex schon lange da, war ich noch. Hä, hallo? Hä? Hä? Der Alex war bei Wikea übrigens. Wild und Raka? Nur um Klöße und Hotdogs zu essen, ey. Ey, die Hotdogs sind echt ekel geworden. Achso. Also ich find die nicht mehr geil. Ich find die gut. Hier, an die Zuschauer jetzt, ja. Wie findet ihr, dass die Nutella-Rezeptur geändert wurde, ja? Das ist doch... Das ist ja kein Skandal unter den Leuten. Also ich frag mich ja, warum man das gemacht hatte. Also ist... Nutella ist doch eigentlich... Wo bei dir, Alex? Ja, okay. Nein, klar. Ausgrund der Kosten... Okay, um Kosten zu sparen. Aber... Wann denkt man darüber nach? Verkauft sich Nutella nicht mehr so gut wie vorher? Also, dass irgendeiner sich gedacht hat, hm... Es wär jetzt, glaub ich, angebracht, dass wir die Kosten versuchen zu reduzieren. So, weißt du, was ich meine? Also ich glaub, die Zutaten sind höher geworden. Alex, wo ist die AK? Oben. Weiß nicht, gibt's irgendwie... Gibt's mehr Konkurrenz oder so? Es gibt Konkurrenz. Also es gibt viele Alternativen zu Nutella, aber die kennt namentlich halt so erstmal keine. Also ich bin ja sowieso, wenn... Alex, das mich verarscht. Nein, da liegt ne AK um. Ah, come on jetzt. Da liegt ne AK um. Hundertprozentig. Ich hab sie auch nicht aufgehoben, Kaputze. Ich hab keine. Alex, ich... Achso... Loll, das ist wirklich lecker. Ich würd schon sagen, ey. Hast du die Monika schon mitgenommen? Nein, da ist keine. Ja, ja. Ich hab auch noch Monika, aber nicht viel. Ich hab keinen einzigen Schuss. Also die waren... Drei Visier hab ich auch noch dabei. Oh ja, ein Visier würd ich nehmen. Ich hab die wirklich gesehen. Äh, ne, warum? Weißt du, warum? Das ist das Ding, ich glaub, das ist dieser Fluch der Reichen so, ja. Wenn du sagst, okay, wir machen mit Nutella, wenn wir der jetzt die Rezeptur verändern, dann würden wir im Jahr zwei Millionen mehr Umsatz machen, weil Milchpuffer billiger ist als Kakao. Ich glaub, diese zwei Millionen von, keine Ahnung, die verdienen... Ich trau mich schon zu sagen, Milliarden, Ferrero. Ähm, dann... Dann... Ja. Dann würd ich, glaub ich, sagen, dass diese zwei Millionen dann schon irgendwie dazu... Weißt du, was ich mein? Ich glaube, auch wenn's bei denen scheißegal wär, aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese paar Millionen, die sie dann vielleicht zusatzgeben macht, das reicht, um zu sagen, wir stellen die Rezeptur um. Das ist jetzt... Bei denen kommt er auf die Cent, also die Cent sind ja schon das Wichtige bei denen. Selbst wenn zwei Cent mehr bringen würde, würde das ja für die viele sein, ne? Ne, zwei Cent jetzt halt, aber... Ja, durch die Masse. Ah, da kann ich ja Kakao die haben, Alex. Ja, ja. Aber wenn du... Wenn du so ein Produkt wie Nutella änderst, was ja jeder seit Ewigkeiten... Hast du... Alex, hast du noch was... Ganz kurz, hast du noch 30 Schuss? Ich hab nämlich nur 30. Oh. Also nicht ein Magazin. Ich leg jetzt hier die Scopes hin für euch, ne? Jetzt zwei, wirst du bei mir. Okay, ja, um... Wenn du so eine Rezeptur wie Nutella änderst, was ja wirklich jeder kennt und viele essen, also Nutella ist ja wirklich in vielen Haushalten verfügbar, ja? Wenn viele von euch jetzt sagen, ja, wir essen kein Nutella oder so, das essen schon viele Nutella. Ähm, das fällt doch auf, wenn der Geschmack sich ändert. Ja. Die müssen doch... Von Gegenwind musst du doch ausgehen. Also du... Die müssen ja von vornherein das irgendwie kalkulieren, dass dadurch die Leute beschweren. Ja. So, das finde ich schon ein bisschen hart. Also... Vielleicht ist denen egal. Und sagen so, die Kinder wollen eh Nutella. Die schreiben halt bei den Eltern dann, ich will Nutella. Heißt das so. Und dann kaufen die Eltern es trotzdem. Hier ist nur ein Zweifachsuche jetzt drin. Schmeckt der nicht scheiße, oder? Also schmeckt der scheiße? Ich hab... Schmeckt die Drink? Wirklich nicht so gut. Okay. Also ich würde jetzt... Also ich hab Nutella gerne gegessen. Ich kauf's jetzt extra dafür morgen. Und ich hätte... Ich würde ne Alternative essen. Also ich würde jetzt... Nutella tatsächlich mit nem Löffel manchmal gegessen. Das ist aber schon hart eklig, Alter. Das finde ich echt eklig. Nutella ist echt hart, ey. Nein, nicht die ganzen Dinge. Nein, ich meine, wenn du... Ich find das schon immer hart, wenn du die Nutella so aufs Toast machst, ja. Und am Messer ist dann noch was dran. Und... Und dann schmecken die Leute das ab. Ja, mach ich auch. Aber das ist dann manchmal ist das schon echt hart. So, das ist schon manchmal... Oh, das ist schon viel Schokolade. Das kann ich bei Butter noch nicht. Wie, macht denn der Drink oder Schmerzmittel? Was? Oh Gott, ja, aber... Schmerzen mit der Nutella hab ich gerade. Butter ist ja auch hart grenzwertig, wenn das jemand... Was mit Butter? Schmerzmittel, ey. Alter. Moment mal, Moment mal. Sagt ihr Butter generell? Findet ihr ekelhaft? Nein. Ich fand Butter mal richtig eklig lange Zeit, ja. Aufm Brotbrötchen ist das in Ordnung, aber irgendwie pur. Aber du meinst so? Ja. Was denn das? Alex. Alex scheinbar. Was ich zwischen Gleich leiden kann, ist Butter und ne Wurst auf, oder Butter und Marmelade sind scheiß. Ah, das finde ich auch okay. Ich weiß, was du meinst, aber ich finde das ist okay, weil Butter... Butter geht mit allen. Ich wollte gerade sagen, ich mach auch unter Nutella mach ich Butter. Ja, unter Nutella auf jeden Fall. Ich finde das ist sogar wichtig. Schmeckt es durch die Nutella. Ja, das schmeckt ja durch die Butter meine ich. Butter ist Nutella, ja. Weißt du was geil ist? Marmelade und Käse. Das ist der Geheimtrick, ja. Wir kennen wahrscheinlich die ganzen aus dem Süden von Deutschland. Kennen das wahrscheinlich viele, aber... Marmelade ess ich nicht mal, so geheim ist das. Marmelade mit Käse, richtig geil. Ja? Und dann müsste das vielleicht... Ne, die Kundal kennt er sich, der wohnt so weit im Osten. Ähm, du musst Nutella mit Käse essen. Was? Ja, Nutella mit Käse ist übelst geil. Was wird denn jetzt hier für Secrets ausgepackt? Habt ihr noch ne zweite Waffe vielleicht für mich? Ne richtige? Ich hab immer noch keine. Ja, hab ich. Nein, dann hast du ja auch nur eine. Ne, ne, ich hab zwei Waffen. Was hast du denn? Ich hab ne AK und ne M4. Was für ne M4? Die mit den vielen Aufsätzen. Also die gute! Und was willst du abgeben? Ich würd dir die M4 abgeben. Boah, das ist aber nett, weil dann dropp ich mal AK Muni. Sogar hier voll ausgerüstet. Warte, 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 ich hab noch ein bisschen AK Muni. Was für Aufsätze brauchst du für die AK? Ich hab eigentlich alles. Ich hab halt kein erweitertes Magazin, aber... Ey, ihr seht's direkt in der Bombi-Zone, Boys. Ja, passt. In der Bobby-Zone. In der Bobby-Zone. In der Bobby-Zone. In diesem Boos-Haus ist eigentlich nichts mehr. Kann das sein? Allein ein Reddon über. Nur das Holo, was da drauf war, hatte ich halt. Hast du gar nix oben? Also ich hab nur ein Zweifacher. Ja, ein Holo hab ich aber. Ne, hier ist überhaupt nichts in dem Haus. Das war nicht die Frage, Alex. Das ist österreichisch. Hast du gar nichts oben heißt, hast du keine Aufsätze drauf. Nicht ist oben noch Loot. Ja, doch. Warum redest du jetzt Österreich? Weil hast du gar nichts oben, gibt's nicht. Doch. Nein. Das macht schon Sinn. Ja, voll. Ja, wenn du nix oben hast, dann... Ja, dann hast du ja nix oben. Natürlich. Ein Auto kann auch kein Reifen haben. Muss auch die Reifen oben haben. Also, wenn ein Auto Reifen hat, hat es dann die Reifen da oben. Also, Jays... Es ist ja auf der Waffe. Es ist ja auf der Waffe. Ja, das... Hast nix oben. Ja, aber das macht... Aber es ist witzig, das... Das ist so Org. Es gibt so viele Sachen, die bei uns so normal sind. Das hätte ich nicht mal thematisiert, weil das für mich perfekt Sinn gemacht hat. Ja, Alex, also, als du gefragt hast, du hast mich gefragt, hast du gar nichts oben? Hatte Alex intuitiv geantwortet, nein, hier oben ist gar nichts, weil er oben geloodet hat. Ja, genau. Das hab ich gar nicht bekommen. Oh, krass. Weil, das... Ich wusste, dass du die Waffenaufsätze meinst, aber auch nur, weil ich weiß, dass du das gesagt hast. Ich hab perfekt verstanden. Grammatikalisch komplett wichtig. Ich dachte eigentlich auch, wer meint Alex. Wow. Okay. Krass. Jetzt erst mal... Hier ist noch ein guter M4 bei mir. Ich brauch Muni, wenn. Äh, Muni hab ich mitgenommen, weil ich... Klar, wild du. Connor, willst du die gute M4, oder? Nö, kannst du ruhig nehmen, ich bleib jetzt bei der Akku. Okay. Aber jetzt hab ich 4,560. Alex, ich komm zu dir ins Haus. Hast du gar nichts oben? Äh, Dalle, Rotpunkt hier. Nimm mal mit eben. Okay. Aber hattest du mal der Tato g'sagt und du fandest das witzig, oder? Ne, du hast das, du sagst das öfter. Hallo, fällt mir gar nicht auf. Hab ich noch irgendwas? Ich hab echt nix irgendwie gefunden bisher zu richtig. Also nix geiles. Ich hab'n T3-Helm. Hier liegt ein T2-Helm noch im Bad. Der gute Alex, ich würd den wechseln. Gute Helm. Der gute T2-Helm. Oh, ich hatte sogar noch einen Rotpunkt. Jetzt hab ich's wieder gefunden. Mal gucken, wieviel Frise du aushältst mit der Mini-14 in der Akku. Hau ab. Die ist auf Kapuze. Der hat gar nichts oben. Ich hab nix oben. Hä? Seid nicht so frech. Ich hab auch keine M4-Munition. Okay, wir müssen weiter. War das irgendwie? Ne, da war nur die M4. Wir müssen weiter Party People. Na ja, musst du halt erstmal die AK nehmen, wa? Ja, ja. Und davon hast du genug, oder? 60 Schuss insgesamt. Auch nicht so viel, wa? Nein. Aber ich, äh... Ich hab nur 30 in der Tasche für AK. Ne, behalte sie. Du brauchst ja auch. Ne, brauchst du nicht. Ach so. Ich hebe da nur auch, falls ich ne K finde, damit ich nicht nach oben zu nehmen muss. Ich glaub, da oben auf dem Balkon liegt ein AK mit Muni. Siehst du das von so weit schon? Schaut euch oben, komm dran. Der Feind kommt immer wieder lauer. Ja, da liegt ein AK mit Muni da oben. Komm dran, der Feind. Ah ja, da oben liegt ein AK mit Muni. Ich nehm die Muni. Hier unten liegt auch noch ein Muni drauf. Drück mal. Danke Alexander Rohrbach. Um liegen 90 Schuss. Oh, can you feel the sunshine? Oh, wow. Das ist schon knapp. VSS? Dann Stizzle. Hab ich die irgendwie verbessert? Nein. Ich überleg grad, ob ich auf der AK wechsel so viel AK Munition wie wir finden. Da oben ist noch die AK. Sag Bescheid, Alex. In der kleinen Hütte liegt noch so ein langer Schwarzer. Ey, wir müssen laufen. Okay, ich wechsle nicht auf AK. Okay, dann hat nicht. Okay, dann hat nicht. Oh, nice. Super nice. Das war schön mit euch. Das Ding ist die ganze Zeit auf uns drauf. Ja, ja. Das ist die vierte. Weil die meisten Spieler sind, sagen die Leute immer. Wir können versuchen. Ne, wir kommen nicht mal zum Haus. Also, bevor die Bombenzone losgeht. Doch. Ne, ne. Wir kommen ins Haus rein. Das geht sich noch aus. Ne. Wir die ersten Bomben kommen, bevor wir da sind. Ne, das ist wahr. Aber wir können noch rein. Also, schnell rein und Schutz suchen. Bevor wir weiterlaufen. Dafür müssen wir bis zum Haus überleben. Oh, die haben das Spring gefixt, oder? Ne, der Berg ist nicht schnell genug. Der Berg ist so knapp da drunter. Kronan, mach die Tür auf! Kronan! 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 Oh Gott! Kronan! Oh shit! Kronan! In die Mitte, in die Mitte! Oh nein! Wir legen unter den Tisch. Wie wir alle diese Idee haben. Den Türrahmen! Ne, das war beim Erdbeben. Wie vor uns auf dieser Tisch in die Luft geht. Wir dürfen direkt wieder laufen. Kronan! 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 Aufstehen! Das ist vorbei! Weiter! Aber wie gut das gerade war. Nun, dürfen wir jetzt laufen? Ja, ich habe euer Leben gerettet. Danke, Kronan! Aber wie vor uns auch die Bombe runter geht und der Tisch wegbombe. Du hast ja noch nie gesehen, dass der Tisch kaputt werden kann. Du hast jetzt nicht mal ganz bei mir. Ne, nicht im Haus. Außerhalb. Außerhalb. Ja. Ja. Da war ein Tisch. Der war da. Ich habe keinen Gegner gesehen. Egal. Wir haben tolle Konversationen, Kronan. Ja, das stimmt. Ich bin ja gerade auf dem Private Service, es gibt ja keine Gegner. Das zählt einfach unter oben. Das ist einfach nur ein Overlay. Genau. Jetzt gibt es aber bald eine Konfrontation, ich kann das fühlen, Kronan. Übrigens rund 50 AK-Schuss. Und ich habe, wenn wir einen Energy Drink brauchen, ich habe drei. Also ich könnte dann... Und was soll ich abgeben? Die brauchst du auch zum Bach werden kaputt. Ja, das ist wohl wahr. Ich habe nichts getrunken. Ich brauche einen Kaffee. Ich brauche noch drei Energy Drinks. Ich habe keinen Energy. Ich habe noch Kaffee. Der Hallo ist am Dach, ich werde es erzählen. Ich sagte, er hat drei Energies und dann sagt, er hat keinen Energy. Ich hatte doch Energie, ich habe gelungen. Wo gehen wir hin jetzt? Braucht noch wer Rotpunkt aufsatz oder so? Ich habe keinen. Ich habe einen Holo. Ich würde einen nehmen. Drop in hier am Baum. Zack. Rausgefallen. Danke. Wir haben aber keine M4 Money. Also wenn wir noch M4 haben, haben wir nichts gefunden. Erstmal husten. Hustest du mir etwas? Ja. Ja, ja. Wo vorne Schüsse? Ja, auf dem Dach. Ist das einer oder ist das was? Das ist ein Busch, glaube ich. Ja, auf dem Dach. Ein Busch. Also im Dach. Ich sehe gar nichts. Ach, gibt es jetzt auch hier? Kann man sich auch aus Busch verkleiden? Ah, gibt es jetzt. Dann hat man sich aufs Dach gesetzt. Du hast ja eigentlich auch die Teufel und so fort. Nö, du musst dann bei uns. Ja, ich sehe ich halt im Beschluss nicht. Du wirst den Schuss zuerst abbekommen, dann merke ich schon. Der auch eine Pfanne. Gib mir deine Pfanne. Gib mir deine Pfanne. Gib mir deine Pfanne. So. Schau mal rein. Schau mal, hier haben die neue Steine eingebaut hier links, oder? Die sind auch neu. Quatsch. Ne. Hab ich noch nie gesehen hier, die Steine da liegen. Ich kläre dann jetzt an der Leiter den Turm da hoch. Die wird nicht gepatcht, das weißt du doch. Okay. Rein in die City oder oben bleiben? Rein in die City. Ja, rein in die City. Da ist alles schon auf. Ich geh da nicht rein. Lass oben bleiben. Wir sind am Zonenrand. So. Theoretisch können wir auch nach hinten und so gucken. Bau einer eine Mauer um uns rum und so eine. Ja. Mach mal bitte. So leicht hier den Turm zerstören, dass wir uns besser bewegen können. Wir müssen nach hinten checken, ob welche Puzzles rauskommen oder so. Ich guck grad auf die Schule. Guck mal, die Animation der Zone läuft da hinten genau zusammen. Hä? Wo? Ja, ja, ich seh welche. Eine Seite geht nach rechts von links und die andere von links nach rechts. Das ist halt so eine Ecke. Ich weiß, was Alex meint, aber ich versuche es zu spotten. Genau am Puzzles gerade. Ach da, ja. Stimmt. Kapuzen sieht's nicht. Hehehe. Ah, ja. Achso, lol. Ja, ja, echt. Ich hab's auch gesehen. Wollte ich auch sagen. Das sieht aus wie so ein Fiek, das zusammen geht. Gar kein Kreis. Nee, das ist die Animation, die dann einfach so scheiße aussieht. Okay. Und wir sind wieder am anderen Ende in der Zone. Und was ist da los? Ja, war. Ja, aber lasst am Rand rechts rumlaufen, würde ich sagen. Nicht links? Achso, ja, aber der Kreis ist keiner. Ja, sorry, ich hab's nicht gesehen. Ba, ba, ba. Da laufen welche? Ba, ba. Fünfzehn. Die schießen auch schön. Wunderschön. Ja, ja, ja. Scheiß drauf. Heißt das so? Genock-outed. Ausgenockt. 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 Ja, ja. Wir müssen aber trotzdem weiter. Sollen wir ins rote Haus gehen? Nein, nein, hinter das rote Haus. An das rote Haus. Ja. Muss ja von rechts kommen werden. Oh, wer war das jetzt? Guck mal kurz auf die Karte. Seht ihr das rechts von uns? Vor uns ist ein Gegner. Ja, ja, ja. Der ist tot. Der war... Der hat reingekommen. Der hat... Ich hab ihn grad an der Treppe gesehen. Nicht auf uns geschossen. Da ist noch ne Kiste draußen. Das sind zwei Kisten. Drei Kisten. Oh, kommt. Also wer was braucht. Wo? Direkt tot? Ja, ich bin auch fast tot. Ja, check das eben. Du musst gleich weiter. Hast du was zum Hallen, Alex? Ja, bin schon dabei. War das der von drinnen? Ja, das war der. Gut möglich. Äh, Norden 15 Grad auf dem Berg einer. Wir müssen eh durchs Wasser. Zone kommt, Leute. Ah, ich wurde beschlossen von oben auf den Berg. An N sind zwei Spieler, die laufen aber auch noch in die Zone. Haben... Habt ihr den gekillt jetzt? Ja. Okay, okay. Ich hab... Ehh... 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 Ich hab ne SKS. Ehh... Der schießt auf... Dalu schießt auf... Ja, einer ist low. Der ist wirklich low. Das war mein Fehler. Nach links wechseln ein paar Bäume. Wir gehen zum Turm. Wir looten die am Turm. Der Turm ist drin. Ich muss nochmal heilen danach leider. Ich möchte es nicht droppen. Was ist das denn jetzt da? Ich hab ihn gekillt. Okay. Wir sind hier kurz sicher. Können wir eben aufteilen uns? Also uns aufteilen? Ehh... Also ich hab noch nen Outer-Smoke. Wer will das? Soll ich... Oder soll ich das nehmen mit der Mini? Ich weiß nicht wie weit die Mini schießt dann wirklich. Scheiße, ich hab jetzt auch grad die Mini und... Dalu... Ich hab die erst gleich kurz... Nein. Ich hab die Mini jetzt genommen. Ist auch ne Sniper. Achso. Damit ich die Muni nicht mehr... Damit ich nur noch ein Stack Muni dabei haben muss. Ist nicht die beste Idee, weil ich nicht so viel M4 Muni hab. Merke ich gerade. Ich hab die M4 eingetauscht. Hast du die Muni noch Kapuze? Hast du die Muni noch Kapuze? Ne, ich hab kein... Ne, ich hab nichts... Und noch Munizium für Dalu gelegt. Ich hab... Ich hab wirklich nichts. Wo ist Munizium für Dalu? Ehh... Hier sind Schritte gewesen. Ja, über uns. Der ist... Der ist über uns. Der wird reinkommen. Sollen wir nicht rausgehen? Lass wenigstens um den Turm gehen, oder? Ja, ja. Von drin sind wir... Wenn wir alle vier da auch noch sind. Der ist über uns drin. Wollen wir weg? Der ist ausgenockt. Noch einer oben drin. Ich geh rein. Ich geh schon ran. Beide tot. Ist down. Okay, dann looten wir die noch. Wir haben eh nach Zeit. Gehen wir jetzt eben hoch. Das ist ein Achtfachsucher. Ich nehm's mal nicht raus. Ich suche M4 Muni. Ich hab dir doch gerade 60 Schuss gegeben. Ja, ich baller viel. Darf ich das nicht? Der hat ne K. Hier ist ne K drin, Alex. Zur Not. Oder wer von euch? Ich nehm die mit. Ich hab ja nen Achterscope. Geh's auf. Achso, die K. Meint ihr hier gerade, oder? Ja. Ja, ich hab die voll ausgestattet jetzt. Ah, Robberbending. Also. Wir haben hier noch irgendwie. Äh, Zone ne? Braucht ihr mal das Achter? Oder kann ich das übernehmen? Auf jeden Fall wer schon mit mir raus? Ne, was wir kriegen können. Zone. So. Ähm. Ein NW am Baum oben. Keine einzige Deckung mehr. Keine Ridge, die jetzt drinne ist. Das Haus. Ich hab halt auch kein Medipack. Da. Da. Ah. Kann ich droppen. Das hätten wir droppen können. Das hast du aber. Ich hab jetzt nicht auf die AP gehabt. Ne, ne, ne. Du hast auch nichts gesagt. Ja, ja. Was ist das denn für ein Scheißfeld? Links. Wir sind jetzt drin. Ja. Wir haben theoretisch ne Ecke wo man. Kann wir Medipack schnell droppen? Oh, das war voll auf mich. Leg dich hin. Ich hab's von mir gedroppt. Das muss Südwest sein. Ne, beim Baum vorne. Weiter runter gehen. Alex. Kommt weiter runter. Wir haben noch. Wir können noch in den Low Ground gehen. Ist zwar schlecht. Ich seh nix da rum ey. Das ist doch bei dem Baum da vorne. Da ist nämlich ein Vagina neben. Ja. Ich geh gerade mal runter. Hier ist ein guter Low Ground. Und die nächste Zone hast. Danke Kundran. Und meine Pfanne hat mir grad das Leben gerettet. Ich hab einen Schuss, der hat mich killed. Die Pfanne hat's gehalten. Da unten ist ein Auto und ein dicker Stein. Norden. Das ist ein bisschen verräterisch. Kommt ihr mit einer mit rein? Ja, ich komme. Der Stein ist nicht mehr drin, kann es sein. Checken. Einer hinter mir? Ja, ich bin hier. Zwei Helm, T2 Weste. Okay, safe. Ich komm wieder raus. Die pushen grad alle hier her. Nur so zur Info. Ja, ja. Und? Ja, drin seid ihr umstellt. Ja gut, draußen hast du keine Deckung mehr. Ich wollt grad sagen, draußen hast du keine Deckung. Hä? Der Hügel komplett? Muss halt mal herkommen, ne? Ich bleib draußen, ich geh da nicht rein. Wer fahrt da? Lass zwei drinnen, zwei draußen, dann können wir immer noch ein bisschen kreisen. Ja. Da am Stein ist keiner, Dalo. Ich hab da hinter den Stein geguckt, da hab ich nix gefunden. Da kommt wer? Das Auto kommt hier her. Ne, ich seh das Auto. Ja, auf den wollt ich auch grad schießen. Ah, wir wissen jetzt wo die anderen sind da durch. Okay, da Alex, schieß! Einer, einer hier. Rechts rum, Dalo, rechts rum. Bleibt ihr im Haus und suppressed? Also ihr könnt schießen. Ihr schießt mal bitte, schießt mal. Wo? Ich werd beschossen. Ja, ich auch. Hä? Da liegt einer, Alex. Kommt wieder rechts, rechts, rüte. Kommt noch, wir müssen pushen, glaub ich. Der ist nicht alleine. Wir müssen helfen, wir müssen helfen. Wo ist der andere? Push forward, push forward, push forward. Der muss bei mir am Baum sein. Ich würd von rechts gehen, oder? Oder du würdest von links gehen? Er ist bei mir am Baum. Hab ich. Auf dem offenen Feld jetzt, Alex. Einfach hin. Hab auch noch einen? Noch einer rechts davon. Hab noch einen und einer links von dem, den ich grad da umschlossen hab. An den Hügeln. Der eine ist da. An den Hügeln? Ja, da wo meine Nathan fliegt, genau. Wir pushen! Alter! Richtig krass aufgeräumt. Links, rechts, überall rumgelaufen. Ich hab nur ein bisschen krass. Schön flankiert, wa? Ich hab einen. Ich hab auch einen. Sieben. Zwei, aber... Fuck, sieben? Haben alle angeschossen für Dalo heute. Na, das war aber geil. Ihr habt die halt... Die dachten sich, alles klar, das letzte Team ist im Haus. Ja. Und Alex und ich haben zwar ein ganzes Team von hinten gekillt, die nicht mal, obwohl wir den ersten down geschossen haben, in unsere Richtung geguckt haben. Genau, der hat das nicht gecheckt. Nice. Das war mega gut. Und Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Like, schreibt einen vorbei, bis dann macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Du bist herzlich fehlt, bordeuern.